Und für den dritten Platz der U13 hält sich bereits Luca Dressler von den Augsburger Erlässern. Und in der Runde 7 noch einmal 20 und 10 Euro. Diese Wertung werden mit einzelnen Glockenschlägen eingeläutet. Aber das wisst ihr ja seit der versierte Rennfahrer. Das Kampfgericht ist bereit. Das Startkommando lautet Achtung ab. Das Startkommando gilt Achtung und ab. Jetzt ist es natürlich in der Berufsausbildung. Hat nicht mehr so viel Zeit. Aber er kennt es aus. Und da kommt schon wieder das Feld. Und das Feld wird angeführt. Und jetzt kommt noch die Nummer 21. Ordner Lukas. Auch ein ganzes Wettbewerb. Und jetzt kommt noch ein Rennfahrer. Und jetzt kommt noch der Rennfahrer. mit der 11 Molnar Gabor, mit der 12 der Vogel Lena, ein Mädchen, mit der 13 Weider Erik, mit der 15 Steger Lukas, mit der 16 Höfner Alexander, mit der 17 Glöckl Johannes, mit der 18 Busch Thorsten, mit der 19 Meiler Lukas, mit der 22 Hocheder Michael, mit der 23 Stocker Jonas. 10 Euro, 22, 20, 10 Euro, in der 17, 20, 10 Euro, in der Runde 12 ebenfalls, und in der Runde 7 gibt es auch 20 und 10 Euro zu. Sind wir bereit? Habt ihr die Stoppbohren in der Hand? Startkommando lautet, Achtung ab, Startkommando gilt, Achtung ab! Und das Rennen um den Preis vom Schlierseer Rathaus ist gestartet über 35 Runden. Und das ist kein 35 Kilometer. Und... Applaus 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 Und der Rettner, der läuft ein bisschen kräftiger, ein bisschen kräftiger, ein bisschen kräftiger.